Hallo liebe Leute, jetzt sind wir in Neuseeland und uns gefällt das hier sehr gut. Wir sind schon fast fünf Wochen hier, wir bleiben noch eine gute eine Woche und dann sollst du nach Hause gehen. Wir haben schon sehr viel gesehen, wir waren auf der Südinsel, wir waren auf der Nordinsel, sind in Auckland losgefahren und von Köln-Shirts geht es wieder weg. Das gefällt uns sehr gut. Hat uns alles gut geklappt, wir könnten das eigentlich immer wiederholen. Okay, thank you. Danke schön. Tschüss. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.